Theater muss sein. Es gibt so viel auszuprobieren und zu entdecken. Theater heißt für mich Abstand gewinnen. Ich kann mir ehrlich gesagt ein Leben ohne Theater nicht mehr vorstellen. Ja, es galt wieder anzufangen. Und die Pest vergaß niemanden allzu lang. Im Laufe der Dezember loderte sie in den Brustkörben unserer Mitbürger. Sie leuchtete im Einäschungsofen. Sie bevölkerte die Lager mit Schatten, deren Hände leer waren. Kurz, sie hörte nicht auf. In ihrem geduldigen ruckweisen Gang voranzuschreiten. Die Behörden hatten darauf gezählt, dass die kalten Tage dieses Voranschreiten stoppten. Und doch überstand sie die ersten rauen Temperaturen der Jahreszeit, ohne aus dem Tritt zu kommen. Man musste noch warten. Aber vor lauter Warten wartete man nicht mehr. Und unsere ganze Stadt lebte ohne Zukunft. Siehe, da fällt es wie der Starr von meinen Augen. Was für ein Tor ich war, dass ich ins Käfig zurück wollte. Mein Geist, das sind nach Tat. Mein Atem nach Freiheit. Mörder, Räuber. Mit diesem Wort war das Gesetz unter meine Füße gerollt. Und Menschen haben Menschheit vor mir verborgen, da ich an Menschheit appellierte. Wirkt dann von mir Sympathie und menschliche Schonung. Ich habe keinen Vater mehr. Ich habe keine Liebe mehr. Und Blut und Tod soll mich vergessen lehren, dass mir jemals etwas teuer war. Kommt, kommt. Oh, ich will mir eine fürchterliche Zerstreuung machen. Es bleibt dabei. Ich bin euer Hauptmann. Und Glückwunsch zu dem Meister unter euch, der am wildesten senkt, der am grässlichsten mordet. Denn ich sage euch, er soll königlich belohnet werden. Nun, redet herum um mich ein jeder und schwöre mir treuen Gehorsam zu. Wir sind in den Tod. Schwört mir das, bei dieser männlichen Rechte. Theater gibt mir die Möglichkeit, den ganzen Stress, das ganze Leid im Krankenhaus, die ganzen Probleme, das alles für einen Moment zu vergessen und nur in dem Jetzt und Hier zu leben. Theater macht mir sehr viel Spaß, weil man kann verschiedenste Rollen schlüpfen, deren Gefühle und Emotionen wiedergeben, sich mit der Rolle intensiv befassen. Jawohl, ja. Meinen ganzen Gefühlen freien Raum zu lassen und einfach zu leben. Und sich verkleiden. Theater bietet die Möglichkeit, dem Menschen Moral, Ideale, Werte, aber auch politische und gesellschaftliche Kritik näher zu bringen. Theater kennt keine Grenzen. Es gibt so viele Arten von Theater. Themen, die die Gesellschaft interessieren können, in einem neutralen Kontext, betrachtet, ausgeleuchtet, werden ohne irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen von irgendjemandem. Aber vor allem habe ich durch Theater so viel gelacht, so viel Spaß gehabt bei Proben und so viele Liebe und tolle Menschen kennengelernt, die ich meine Freundin nennen darf. Theater muss sein, weil es so viele Möglichkeiten bietet, so viele Chancen und so viel Spaß. Jeder sollte es zumindest irgendwo, irgendwann mal ausprobiert haben. Traut euch. Probiert es aus. Es gibt so viele Möglichkeiten in der Schule oder in Gruppen in der Umgebung. Es lohnt sich. Wirklich. 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 Wirklich.